Hallo liebe Facebook-Freunde, auch wir müssen unsere Page auf die Chronik umstellen und das machen wir jetzt mal und halten das im Bewegtbild fest. So, dafür klicken wir auf diese wunderschöne Vorschau und da seht ihr sie schon, ist die nicht schön und gleich habt ihr sie auch. Ich klicke jetzt auf jetzt veröffentlichen und ab geht die Post. Posten! Tada! Jetzt klickt auf gefällt mir, sonst geht's haulen.